Ja, da schläft einer mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße. Keiner stört ihn. Kein Auto, kein Mofa. Man lässt ihn einfach so träumen. Ja, das ist, wie sagte die Türkei? Ja, ja, da guckst du, ne? Er guckt nur, weil wir ihn filmen. Ja. Ja, das ist ziemlich gut. Hingelegt. Ja. Er bleibt mitten auf der Straße. Jetzt hat er es da anhört. Jetzt dreht er sich um, damit wir ihn gut sehen können. Ja. Ja.